Yo, was geht? CakeTV an Katz-Zuschauer, wir gucken jetzt das Video von Aktivuser Roni, macht die 20k voll und da würde ich sagen, let's go. Sie sind auch schon älter, wir haben das irgendwie übersprungen, ich weiß nicht mehr. Wisst ihr Leute? Ich weiß, ich weiß. In meinen Videos wirklich immer so lustig, lebensfroh, selbstbewusst, extrovertiert, lebensfroh. But wrong. Ich bin mehr wie ihr. Schüchtern und einsam. Aber zum Glück nicht so hässlich. Ich hätte halt auch keinen Mann, der mich sometimes, wenn ich in einem Loh bin, einfach hier auf dem Sofa in den Arm nimmt. Ach, mach dir nicht so viel Druck, Erik. Deine Klickzahlen spiegeln nicht deinen Wert als Menschen wider. Wirklich? Doch, eigentlich schon. Get rekt. Ach, Jabba, du gemeini. Doch diese Zeiten sind für uns zu Ende. Ich zeige euch, wie wir diesem einsamen Loch entkommen können. Dafür muss ich erstmal die Tyler-One-Transformation machen. Ist das nicht der, der sich immer aufgeregt hat, über alles? Oh, wow, cool. Jetzt können wir wieder ein Video mit der Soundqualität von 2007 einschauen. Cool, danke, Active. Shut up, denn jetzt machen wir den nächsten Step in die Zukunft. Oh, nüft. Wieso hab ich eigentlich nicht das vorher drin? Das versteht jetzt den Like, wenn ihr das auch täglich macht. So, Jungs. Ja, mir wurde hier versprochen, dass ich hier ein nices Girl haben kann. Das, was wir hier alle nicht haben, right? Da findet man also das Girl. Das ist aber komplett überraschend. Ja, ich gebe zu, ich habe das Game schon vorher einmal gespielt. Was macht er eigentlich privat? Er studiert, glaube ich, ne? Ähm, so, welches Girl wir haben hier, äh, Rezo, Blunt, anderer Weep-Shirt. Uuuuh, Bunny. Oh ja, die würde ich auch nehmen. Ach, so sieht man aus, oder was? Okay, das ist, äh, das, da, da, da. Nicht hinkommen, Jungs, nicht hinkommen, Jungs. Das wird definitiv monetisiert. Könnt ihr mal was anhaben? Hallo, könnt ihr aufhören, bitte immer hier. Jungs, komm, komm da hin, komm da nicht so rein, Jungs. Okay, ich glaube, das wird nicht besser. Ähm, dann nehmen wir doch an. Nehmen wir doch so eine Weep-Girl. Nein, nehmen doch die blaue, oder? Ich hätte die blaue genommen, Jungs. Seht ihr schon eine Spiegelung? Oh, du bist aber süß. Mehr brauche ich nicht. Ein süßes Girl, ach, 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 wo ist das nicht mehr, wo ist das nicht mehr, wo nicht? Girl, bitte, aufstehen. Geht das? Oh, 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 oh. I'm sorry. Oh, Mann. Sieht man da unten irgendwas, oder hat die irgendwas an? Sparkev, Digger, Dankeschön für nochmal 5 Subs, Digger, vielen lieben Dank. Junge, du bist ja heute im Sub-Modus, Alter. Okay, so ein Creep bin ich dann auch wieder nicht, Junge. Jetzt spann doch, ich spann doch, so ein Creep, so ein Creep bin ich dann auch wieder. Es gibt halt wirklich Leute, die das unironisch spielen, das musst du dir mal überlegen, Digger. Es gibt locker jemanden, der sich das runtergeladen hat und da wirklich da so drunter guckt, ey. Aber wie geil ist das bitte, Junge? Aufheben. Aufheben! Okay, dann nehme ich das auf. Wenn du nicht so vertraut mit der Steuerung, kann ich sie auch so abwerfen. Egal. Doors can be opened by grabbing the dog knob. Her aufzwingen. Dog knob like an item. Achso. Ähm, girl. Ähm, hast du vielleicht Lust mal, ähm, zu duschen? Wer bin ich eigentlich? Ich bin aber niemand. Und wer würde in seinem Badezimmer Bilder von Donuts reinpassen? Von Donuts, ja moin. Sind alle deine Höschen gewaschen? So ein Creep bin ich dann auch nicht. The bath, your lowly, lead her into the bathroom and point to the bathtub. Okay. Das war natürlich. Ähm, komm her. Hallo. Komm her. Hierher. Hier. Ah, so, dann kommst du. Na, 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 kommst du. Get in. Water needs to be in the high temperature. Turn the water valves and point to it again. Digga. Was ist das für ein Spiel, Digga? Was zur Hölle ist denn los mit den Leuten? Jüge, wer ist denn Spieleentwickler und denkt sich so, ja mein Digga, das Game und nichts anderes. What the fuck, Alter. Was ist heiß, was ist galt. So, ansagt das. Na, get in. Get in. Was? Was war das, die Scheiße? Wie? Ich muss raus. Na. Ich weiß nicht warum, aber ich finde das richtig lustig, Alter. Oh Mann. Oh, geil. Okay, das, äh, ich hab nicht damit gerechnet, ähm, 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 ja, ähm, gutes Mädchen. Oh, verzeihung, verzeihung. Tut mir leid, die Steuerung, okay? Es ist ja eine Steuerung. Wollt dich waschen? Wollt dich waschen? FBI O-Map? Oh lol. Oh lol. Woll ich dir helfen? Digga, was ist denn, welcher Creeper das programmiert? Äh, 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 wash different hairs and head pet hair to complete bathing. Äh, bubble meter will grow as you grow. Okay, waschen dich. Bitte nicht viel Wasser verschwenden, okay? Damit wir uns verstanden haben. Komm her. Nein, komm her. Get here. Get over here. Wolltest du mal vielleicht? Damit sie sich wieder anzieht? Okay, okay. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich glaube, ich habe noch die Tast noch nicht fertig, dass ich die gewaschen habe. Kann man die auch unter Wasser drücken? Sie sollten sich nicht schämen. Suchen Sie sich professionell. Digga, was ist das für ein Spiel? Nein, wie lange noch? Ich weiß nur noch, wenn man kann, ist halt rauszugehen. Zum Pferd. Sparkle! Was ist das Pferd? Dankeschön für nochmal fünf Subs. Digga, hast du ein Lotto gewonnen? Nein, ich wollte Lotto spielen. Oh, wie dumm ist ein 40 Millionen im Jackpot. Oh, es wären genau meine Zahlen gekommen. Aber wenn heute nicht geknackt wird, dann ist es ein Zeichen, Digga. Falkenman, Dankeschön, dass du auch noch einen Zapf verschenkst. Pferd. Schenkst. Willst du mich für Kacke einmal schlafen oder was? Pferd. Grab one, rain to control. Hier. Hier. Machen wir nicht so mit dem Fuß. Ah ja, da läuft er. Junge, Alter. Jetzt wäre so viel schöner mit meinem Girl. Hey, entspann dich, Epona, entspann dich. Cringe. Genau wie in Ocarina of Time. Jetzt geht es vorne wieder. Spare auf sechs, weil es sind nämlich nicht mehr sechs Zeilen, sondern noch fünf. Mann, der hat den Kopf ein, rechts. Gaul. Wer ist da? Das ist Copyright Music. Copyright Free. Könnt ihr schon wieder relate'n, oder? Der Eiswagen kommt, dann seid ihr alle so... Oh mein Gott, der Eiswagen! Oh, ich hab nicht Zeit, bis ich holen? Eis, 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 Eis. Ich brauche mehr Wappen. Digger, ich hab richtig Bock, mir jetzt eine Feuer zu kaufen. Au, 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 au. Geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Das ist jetzt ein Spiel, Digger. Ist das die Zukunft des Gamings? Okay, Jungs, ich ergebe mich. Ihr bekommt euer Eis. Hallo? Ich habe das Game. Sooo... Bye, have a beautiful time! Tief. Alter. Hä? F***ing Moron, Alter. Ist das ein Checkpoint, oder? Nope. Und ich muss ihn bis nach oben bringen. Nächstes Game. Ja, jiga. Den wir letztes Mal schon so ein geiles Game gespielt haben. Äh, und zwar Fruit... Fruit, irgendwas. Hier, Fruit Ninja. Äh, Fruit Ninja. Ach, keine Ahnung, Fruit irgendwas spielen. Ach, komm, wir machen Cake Ninja. Classic... Ey, was soll das denn jetzt? ...Kadoption, du? Hup! Oh. Alter, nice to Musik. Tööööö, gar nicht. Ich habe ja noch nie... ...meh... ...meh... ...meh werden Ninja gefehlt. Alter, Junge... ...Eis. Oh, Junge, Bobben. Ach, Junge, dass ich Bobben zerschneiden würde. Sieht aus wie ein Anfänger? Sieht aus wie ein Anfänger? Das ist unglaublich. Ja, scheiße. Ja, geiles Game, Alter. Einfach geiles Game, ey. Kein Cake. Bleib ungeschnitten. Ey, das zählt nicht. Ich habe den D-Tipps getroffen. Uah. Das war unfair. Der ist von alleine explodiert. Uah. Der ist auch von alleine explodiert. Ah, der Eislings. Wo die Bombe? Hab ich ihn scherft. Mal wieder. Oh, fuck. Seitlich. Das war's. Ganz schön unceremonial. Einfach so. Fertig. Ja, das waren noch ein paar sehr nice VR-Games. No, wisst ihr, was ihr euch kaufen müsst, damit ihr euren Weep-Trieb endlich mal stillen könnt. Und ja. It was nice. And I'll see you next time. Also, ich glaube, ich kaufe mir eine VR-Bei-Fan. Jo, keine Ahnung. Ja, oder was soll ich sagen? Das erste Game.